Weil wir richtig Bock drauf hatten und weil es bei 40k tatsächlich ein sehr beliebtes Format ist bei uns auf dem Kanal, haben wir uns überlegt, warum machen wir das Ganze nicht auch einfach für Age of Sigmar. Dementsprechend habe ich mir heute relativ spontan David geschnappt und wir werden heute darüber sprechen, wie beginnt man eigentlich mit den Erdo Nights of Slaanesh. Ein schöner Tag. Und damit herzlich willkommen beim Adepto Stammtisch und wir geben natürlich jetzt wieder an, wie was wir trinken. David, was hast du denn heute Exzessives für dich reingeholt? Cola mit Schuss tatsächlich heute. Oh, das ist schön. Um den Montag richtig in einen Ausgang zu bringen. Ja, ja, ja. Und bei dir? Ich habe heute auch eine Cola, aber ohne Schuss. Och, Mensch. Ja, dafür mit Kokain, nein. Siehst du durch die Nase, wunderbar. Da hörst du immer, wenn du mich so schniefen hörst, dann weißt du, ja. Ne, hab ich natürlich nicht dabei. Hat ja auch was Hedonistisches, wa? Auf jeden Fall. Ja, mal gucken, ob wir heute alle Sünden vollkriegen. Gestern hab ich schon. Ich auch. Also die Völlerei haben wir schon hinter uns, siehst du. Ja. Ähm, genau. Die Hedonites aus Slaenish. Was ist denn das, deiner Meinung nach, für eine Armee? Zu welcher Allianz gehört sie? Und wie würdest du die Armee am ehesten beschreiben? Ähm, na, gehört erstmal zur Grand Alliance Chaos, äh, was ja auch so ein bisschen meine, ähm, Spezialität ist, ist immer so, die hab ich am liebsten. Ähm, und Spezialität von denen, puh, 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 ich sag mal, rein und wieder raus. Ähm, ohne dass ich das zweideutig meine, aber tatsächlich, ähm, kommt drauf an, wie man sie spielen möchte, wenn man jetzt sie, ähm, stark Dämonen lasst, die spielen möchte, die haben halt nicht so einen guten Safe meistens. Das heißt, ähm, da willst du rein, Schaden machen und entweder es stimmt nichts mehr oder du gehst wieder raus, damit du nichts verlierst. Ähm, die Sterblichen, ähm, halten schon ein bisschen mehr aus. Aber, sie hat zwar Fernkampf, die Armee, aber ist, ähm, auch durch ihre Fähigkeiten, ähm, die wir ja auch schon in der Battletorm Review gesprochen haben, eher, ähm, auf Nahkampf getrennt. Ja. Ein bisschen Magie hat sie auch dabei, aber, ähm, meist, wenn ich's jetzt so richtig im Kopf habe, ähm, oder vieles ist eher so zum Verstärken, beziehungsweise zum Buffen der eigenen Einheiten. Und zwar ein bisschen was Offensives ist auch dabei, aber, ähm, oder halt um den Gegner ein bisschen zu schwächen, aber wirklich Schadenszauber sind die wenigsten und von daher würde ich sagen, die wollen rein und ein bisschen Gruppenkuscheln machen. Ja, würde ich auch sagen. Ansonsten, ähm, würde ich sagen, es ist auch eine Glaskanonenarmee, ne? Also du bist sehr schnell. Ja. Also nicht so ganz, ganz, ganz komplett, deswegen hab ich's so ein bisschen unterteilt in Dämonen und Sterblichen. Ja, ja, ja. Für mich so eine typische Glaskanonenarmee sind zum Beispiel die Daughters of Cain, weil da hast du durch die Bank, eigentlich keinen guten Safe. Ähm, hier hast du ja wenigstens noch so, ähm, die, wie heißen sie, die, ähm, Painbringer, die Mömedische Painbringer. Die haben zum Beispiel ein Dreier-Safe, was schon mal nicht schlecht ist. Die Twinsos haben auch ein Vierer-Safe, so in den Dreh, während Dämonen meistens nur ein Fünfer-Safe haben, ähm, ähm, jetzt lange hab ich mich nicht drauf fest, die Dämonetten haben da euch ein Fünfer-Safe. Ja. Aber ja, wenn du die jetzt spielst, die sind Glaskanonen. Ja. Das stimmt. Genau. Aber, also, ne, kann man ja eigentlich zusammenfassen, dass die schon sehr vielseitig sind. Ja. Also... Das find ich schon mal immer sehr schön. Ja, find ich auch. Man hat da wirklich eine große Auswahl an Einheiten, an Spielstilen, ähm, wie man sie gerne spielen möchte und da können wir jetzt ja genau, genau drauf eingehen im Prinzip, was man da so alles machen könnte. Genau. Ähm, vielleicht noch kurz vorher, ähm, was ich persönlich sehr erwähnenswert finde, ist die Depravity-Mechanik, beziehungsweise die Depravity-Dice-Mechanik. Äh, Verlockungswürfel heißen die übrigens auf Deutsch. Nicht Verderbnis, sondern Verlockungswürfel. Das find ich gar nicht so schlecht. Verlockung gefällt mir auch, ja. Ja. Ähm, und zwar funktioniert die so, dass wir, wenn der Gegner einen Trefferwurf, einen Wundwurf oder einen Schutzwurf, ähm, verpatzt, dann können wir sagen, na Hase, möchtest du einen von meinen Würfeln haben? Der ist automatisch eine 6 und wir kriegen 6 Stück davon pro Runde, ähm, und wenn der Gegner es annimmt, bekommen wir, äh, Depravity-Points oder Verlockungspunkte, die wir dann reinvestieren können, entweder um Dämonen zu beschwören oder um Fähigkeiten zu kaufen, die wirklich, wirklich gut sind. Ähm, oder wenn er ablehnt, dann bekommt die Einheit, die eben den Trefferwund oder, äh, Schutzwurf, ähm, nicht geschafft hat, halt D3 tödliche Wunden, was auch schon mal ziemlich gut ist. Das stimmt, das stimmt. Ähm, ich möchte noch ganz kurz anmerken, das ist mir gerade eingefallen, weil, ähm, ein Freund mich vorhin angeschrieben hat, auf, ähm, auf wegen Slanisch. Ähm, wir richten uns ja jetzt ja auch gerade so vor allem an die Anfänger, die jetzt vielleicht mit der Armee anfangen wollen oder auch vielleicht mit dem Spiel anfangen. Ich empfehle wirklich englisches Battletoom, weil bei Slanisch ist ein ganz böser Patzer drin gelandet und das ist, wusste ich halt nicht, weil ich halt auch nur das englische Battletoom habe tatsächlich. Ähm, und das kann ich mal ganz kurz sagen, und zwar, jetzt muss ich es nur mal kurz finden, deswegen rede ich noch kurz ein bisschen düsslich weiter. Ähm, da ist es, genau. Und zwar gibt es ja die Unterfraktion Pretender und Schlag mich tot, das haben wir ja alles schon erklärt. Und beim deutschen Battletoom gibt es nämlich bei den Pretenders, ähm, die göttliche Stärke. Ja. Das ist, ähm, die dritte Generalsangenschaft und die sagt ja im Englischen eigentlich, once per battle, äh, die once per phase, ähm, nee, once per turn sowas. Once per turn. Ja. Es ist so, wenn der, ähm, hält, eine, ähm, Befehl erteilt, dann kriegt er plus eins auf seine, ähm, seinen Wuchtwert und auf seinen Schadenswert. Genau. Im Deutschen haben sie aber einfach mal dieses once per face, äh, once per turn rausgelassen. Was? Da steht drin, wenn dieser General einen anderen befreundeten Einheit der Hinoniten des Slanisch ein Befehl erteilt, gilt bis zum Ende des Zuges, verbessere, blablabla, blablabla. Das heißt, theoretisch im Deutschen kann es stacken. Wow. Da kannst du ja sagen, in der Bewegungsphase, ähm, die dürfen rennen, in der, äh, Charge phase, die dürfen wieder, dürfen wiederholen, in der Nahkampfphase sagst du noch all of the tag, das heißt, dann kriegst du einfach mal plus drei Damage und plus drei Wucht. Wow. Und das ist einfach ein enorm großer Übersetzungspatzer und deswegen kann ich allen immer nur empfehlen, probiert euch das Englische irgendwie ranzuholen. Ich weiß, Englisch ist nicht jedermanns Sprache, ähm, aber es ist aber auch nicht so, es ist nicht so schwer, das Englisch, ne? Nee, aber ich kann es ja verstehen, dass man da seine Probleme hat, aber es ist halt leider wirklich ein bekanntes Problem, dass die Übersetzungen, bei den Übersetzungen was schiefläuft, aber teilweise halt wirklich in so einem Maße, dass du da halt wirklich, ähm, enorme Vorteile oder Nachteile hast, weil es einfach falsch übersetzt wurde. Ja, genau. Und das nur die Kurzexklusion. Ja, aber da nochmal an der Stelle der kurze Hinweis, bitte Leute, spielt das dann auch nicht so, ähm, mit dem deutschen Kodex, weil das Englisch, der englische Kodex hat fast überall immer das Hoheitsrecht. Ja, das stimmt. Genau. Das stimmt. Gut. Du hast es schon angesprochen, wir brauchen einen Kodex. Genau. Ja. Oder einen Battletoam, Entschuldigung, ich bin schon wieder bei 40k. Ja, ja, ja. Was brauchen wir denn noch alleine, ohne erstmal Modelle zu kaufen, was brauchen wir noch, damit wir die Armee spielen können? Ohne Modelle sagst du? Ohne Modelle, ja. Würfel, aber da brauchst du nicht zwangsweise die Slanischwürfel, du brauchst halt nur eine Würfel. Maßband, also ein Zollmaßband. Ja, und Spaß am Spiel. Die Schrift, ja, das ist ganz wichtig und ich empfehle, solange sie noch erhältlich sind, denn die sind immer nur in ein einmaliger Run, die Schriftrollenkarten zu kaufen. Die sind eine Empfehlung, aber nicht unbedingt notwendig. Sie sind nicht unbedingt notwendig, aber sie sind sehr hilfreich, genau. Das stimmt. Kommt davon, wie man das gerne hat. Ich persönlich arbeite viel mit der App. Stimmt, ja. Die kann man auch nehmen, ja. Die kann man auch nehmen, hat halt monatliche Kosten, aber da hast du halt noch ein bisschen extra Gimmicks dabei. Und oft habe ich festgestellt, auf vielen Spieltischen, auch auf Turnieren, hast du nicht genug Platz, um deine ganzen Karten, also die ganzen Schriftrollenkarten, die man hat und so, ordentlich zu verstauen, dass du die immer griffbereit hast. Ja, aber sie sind trotzdem schön, also zumal bei diesen Schriftrollenkarten sind auch so kleine Marker dabei für Zauber, Befehle und Schlag mich tot, sind hilfreich. Aber auch die kann man sich notfalls selber machen, aber die sind trotzdem cool. Also ja, hast recht, sie sind ein nettes Gimmick. Ja, genau. Gut, und wenn wir das alles haben, dann geht es zu der Entscheidung, was für Sachen wollen wir denn kaufen? Wollen wir erstmal kurz über die Vanguard-Vorhutsbox sprechen? Ich würde tatsächlich sagen, dass eine Sache ist eigentlich ein Muss tatsächlich als Modell. Mhm. Das ist das Geländestück. Guter Punkt, ja. Es gibt halt manche Fraktionen, die haben ein fraktions-eigenes Geländestück und Slanisch gehört dazu, die haben diesen Fane of Slanisch, den habe ich jetzt hier gerade nicht auf Deutsch, ich weiß gar nicht, ob der schon übersetzt wurde. Der heißt auf Deutsch lustigerweise auch Fane of Slanisch. Okay, also haben sie da keine passende Übersetzung gefunden. Ja. Der ist, ja, ich habe ja ein Muss gesagt, aber der ist schon durchaus, hat ja schon seine Daseinsberechtigung, also den sollte man sich zeitnah holen, damit man den auch mitnutzen kann. Ja, und ich sehe gerade, die Schlawinas von Games Workshop haben den Webstore-exklusiv gemacht. Das ist jetzt eins von den Modellen, was Webstore-exklusiv geworden ist. Ich bin froh, dass ich ihn schon habe. Ich auch, ja. Aber ja, wir können... Das geht raus an den lieben Roy. Wir können gerne auf die Vorhut-Box... Ach, schade, jetzt habe ich mein Wortwitz verpasst, na egal. Welchen Wort, komm, im Nachhinein kannst du noch rausholen. Vorhaut statt Vorhut. Oh! Würde man das austauschen, dann würde sogar am Hinterher noch der Hedonisten des Slanisch stehen. Ja, eben. Deswegen, vorhaut der Hedonisten des Slanisch. Das ist schon sehr Slanisch. Das ist so ein oller Wortwitz, den Tante Günther, so ein YouTuber, der spielt so Talk to War und der sagt auch mal anstatt Vorhut-Aufstellung, Vorhut-Aufstellung. Das hat sich bei mir so eingeprägt, leider. Das sieht dann auch mal ganz gerne. Es ist schon sehr Slanisch. Ja. Aber ja, es gibt eine Vorhut-Box von Slanisch. Mhm, genau. Die soll so ein bisschen als Einstiegs-Box zählen. Und jetzt bin ich mal gespannt, findest du die Box gut für den Einstieg? Ich muss sagen, ich habe zuerst, als sie rausgekommen ist, gedacht, wow, die ist richtig cool. Da werde ich mir gleich drei Stück von kaufen. Und als ich dann aber den Battlethorpe hatte, habe ich gedacht, äh, mh, vielleicht? Wie findest du die? Ich finde die als, wenn man sie sich einmal holt, gut. Mhm. Ähm, ich will gerade mal überschlagen. Also du hast einen Helden drin. Genau, für den Schatzbeaker. Genau, dann hast du eine Battleline drin. Das sind die Bogenschützen, die Blisperb Archers. Mhm. Du hast die Zlangor Feedbloods. Das sind, ähm, im Prinzip Tiermenschen für Slanisch. Genau. Das ist ein Dreierdruck. Und dann, was ich ganz cool finde, hast du halt eine Einheit drin, das sind, die kannst du entweder bauen als Blisperb Seekers oder als, ähm, Slickbake Seekers, genau. Also da hast du die Möglichkeit auszusuchen, was ich mal ganz cool finde, dass du da entscheiden kannst, als welche Einheit die du zusammenbauen kannst. Und deswegen muss ich sagen, für einen einmaligen Kauf finde ich das schon durchaus gut. Ich auch, genau. Ich habe mir die jetzt auch einmal gekauft. Ich hatte sie ja erst zweimal bestellt, habe dann aber nur mal gesagt, äh, nee. Ähm, ich finde sie für den Einstieg okay, weil man relativ viele Punkte bekommt, die, also ich hatte es mal so grob überschlagen, man ist so etwa bei 500, 600 Punkten. Ja. Ähm, das ist schon mal ordentlich. Ja, genau, super für den Fahrt des Ruhms. Ähm, mir fehlt so ein bisschen die Utility in der Box, da gibt es bessere. Ähm, aber sie ist okay, sagen wir es mal so. Ich meine, du sparst mit der Box 70 Euro, ne? Richtig, genau, ja. Genau. Ist ja auch nochmal so, wo ich sage, 70 Euro, das, ähm, ist schon, ist schon nicht schlecht. Ja, genau. Ähm. Ja, also ich würde ganz kurz, also bis auf die, da bin ich, das ist aber meine persönliche Meinung, bis auf die, ähm, Slangor Filmplatz finde ich die auch alle sehr gut. Ich auch. Ja, muss ich auch sagen. Ähm, die Slangors mag ich sehr von den Modellen her. Ja. Ähm, ich hab mir das Profil jetzt nochmal angeguckt, die sind nett, aber die sind halt nicht sonderlich stabil, also die müssen halt ankommen. Genau, genau. Ähm, da gibt es einfach andere Modelle oder andere Einheiten, die den Slot besser ausfüllen im Battleturm. Aber schlecht sind sie nicht. Nö. Wie würdest du die, ähm, die Kavallerie bauen? Würdest du die mit den Blizzbabs oder würdest du die mit den Slickblades spielen? Ähm, tatsächlich in meiner Liste habe ich beide drin. Oh, okay. Ähm, weil ich beide sehr gut finde, weil die Blizzbabs sind halt, äh, Blizzbabs waren das die Nahkämpfer oder die, äh? Nee, die Slickblades sind die Nahkämpfer. Genau. Die Slickblades, ähm, sind halt vom Nahkampfprofil halt unglaublich gut, weil sie mittlerweile auch erstmal eine Rant von zwei bekommen haben, das, äh, war wichtig für die Jungs. Ähm, zumal die einfach auch, ähm, die, wie war das, die Beschwörungspunkte generieren können, wenn du möchtest. Du kannst ja eine Einheit immer auswählen, wenn in deiner Nahkampfphase die jetzt mit jeder Wunde, die durchgeht, Beschwörungspunkte generiert und dafür sind die gar nicht so schlecht. Ja. Aber die Archers, also die, die Fernkämpfer meine ich jetzt, die von den Reitern, die sind halt gut, weil die halt den Safe-Wert der beschossenen Einheit verschlechtern. Ja. Und deswegen hatte ich beide bei mir drin, weil du damit halt unglaublich gut, ähm, ich sag jetzt mal ganz doof Stormcast mit ihren Zweier-Dreier-Safe einfach mal ordentlich runterholen kannst. Ja. Ja, und zusätzlich ja dann noch mehr Punkte generierst, ne, wenn der Gegner weniger Schutzwürfe steht. Ganz genau. Und so weiter. Genau. Ganz genau, deswegen hab ich beide bei mir drin und ich find auch beide durchaus sind daseinsberechtigt. Ja, muss ich auch sagen. Also ich hab jetzt zweimal die Nahkämpfer gebaut, weil ich die bisher cooler fand. Ich bin ja eh so einer, der gerne auf Speed spielt. Ähm, ich hab aber schon darüber nachgedacht, mir tatsächlich die Blizzbubs auch nochmal zu kaufen. Ja, die sind halt cool. Ja, 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 ja. Also auch die normalen Blizzbub-Archer, ne, die Bogenschützen hier drin sind, sind eine gute Wendeline-Einheit. Die hab ich auch bei mir in meiner Liste auch mit drin, tatsächlich. Ich auch, ja. Weil die sind halt auch schnell, die können rennen und schießen. Das ist immer gut, wenn du halt irgendwie eine Einheit hast, die mal schnell von A nach B kommt. Genau. Und sei es um Punkte zu dir zu holen oder wenn du merkst, ach Mist, ich hab meinen Rücken offen gelassen, nicht dass der Gena da was reinbeschwört oder sonst was für Chosen machst, dann rennst du einfach nach hinten wieder und sagst, okay, jetzt steh ich da. Kosten 150 Punkte, kannst du durchaus auch mal für sowas finden. Genau. Oder rennst halt auf Missionsteamarker und kannst auch noch schießen und so, das ist halt cool. Ja, klar, deswegen sind schon, die sind schon gut. Und auch der Zauberer ist halt der einzige kleine sterbliche Zauberer, den die slanisch haben. Mhm. Und auch der hat so ganz nette Eigenschaften und davon hab ich auch einen dabei. Ja. Ja, alleine der Zauber, dass du halt deine Verführungspunkte generieren kannst, ist halt super. Genau, für sowas. Genau. Deswegen hab ich die Tante auch mit. Also ich seh schon, unsere Liste wird sehr ähnlich. Ich fürchte auch, das hatten wir schon bei Selbstodark, das ist ein Problem. Ja, das stimmt. Da warst du sehr schnell. Genau, da hab ich auf schnelle Einheiten gesetzt. Genau, sprechen wir allgemein mal über Leader-Modelle. Da haben ja die Slaves, die Slaves, mein Gott, die Herd und Knights aus Slaanesh, wirklich eine Riesenauswahl, meine Herren. Und ich muss sagen, ein Großteil von denen ist auch noch ziemlich gut. Und schön. Hast du ein Charaktermodell, wo du sagst, unabhängig jetzt auch von der Spielstärke, das muss man haben, das sieht so schön aus, oder wie auch immer. Das ist wirklich schwierig. Oh ja. Weil die sind halt zu, in meinen Augen, zu 80% alle hübsch. Ja. Das ist wirklich schwer. Also ich sag mal, Sigwald ist für mich ein Must-Have. Der ist ein unglaublich hübsches Modell und halt auch spielstarke technisch. Aber auch, was ich halt von der Schönheit sage. Wenn ich jetzt nur mal die Schönheit sage, finde ich die namhaften Dämonen Senessa und ihre Schwester, Dexessor, mit die schönsten Modelle, die Slanesh hat. Also die machen wirklich was her. Ich finde auch den normalen Keep of Secrets und auch da den namhaften Keep of Secrets, genau, Charlaxi, auch sehr hübsch. Aber so rein vom Modell her finde ich, glaube ich, Dexessor und Senessa, also meine Güte, sind die hübsch. Ja. Dexessor ist auch, glaube ich, mit eins meiner Lieblingsmodelle, was es in Age of Sigmar gibt. Ich überlege auch gerade, wenn ich mir die gleiche Basegröße habe, ob ich mir lieber eine von den beiden hole, als dann als Keep of Secrets Spieler. Ich gucke gerade mal. Ich glaube, die haben die gleiche Basegröße. 105? Nee. Nee, ich glaube, die steht auf dem anderen. Warte mal. 105 und 100, ne? Naja, ja, die hat ein größeres Base. Scheiße. Ah, schade. Ah, gut, man kann sich auch eine Base kaufen, ne? Ja, ja. Aber gut, dann kann man es halt nicht mehr als die anderen spielen. Das ist immer ein bisschen nervig. Ja. Magnetisiert alles. Weil die sind halt echt wirklich, wirklich hübsch. Ja. Vielleicht, ja, ich wollte auch Dexessor, wie gesagt, nennen. Ansonsten, Siegwald bin ich voll bei dir. Das ist ein richtig, richtig cooles Modell. Auch sehr spielstark, meiner Meinung nach. Was ich auch richtig, richtig gern mag, ist die Infernal and Raptors. Ach, ja. Also, als ich die Infernal and Raptors gesehen habe. Ja. Ist das ein verstörendes Modell, wirklich? Ich habe sie leider in keine Riste drin, weil sie irgendwie nicht reingepasst hat. Aber ich werde es mir wahrscheinlich irgendwann holen, einfach weil dieses Modell so verstörend gut ist. Ja. Man muss dazu sagen, für die, die es jetzt nur als Podcast hören, das ist ein Modell, was eine Harfe trägt. Und diese Harfe, wo die Hafenbögen quasi in das Rückgrat eines Opfers gerammt wurden. Und die Hafenstränge sind die Nervenbahnen aus dem Rücken. Ja. Also, es ist unglaublich gut gemacht. Ja. Die hat mich sehr abgeholt. Ich muss echt sagen, ich bewundere die Designer bei GW oder generell so Designer, die sowas Düsteres erschaffen können. Und ich mache mir manchmal ein bisschen Sorgen um deren psychischen Zustand. Aber ich, wie die das hinkriegen, also das ist jenseits meiner Forschungskraft. Also, unglaublich klasse Modelle. Ich war eine lange Zeit ein großer Fan von dem namhaften Selesk. Das ist ja der Typ, der Menschliche mit dem Dämonen hinten auf dem Rücken. Ansonsten, Glutus ist ja einer der Neueren, der dazu kam. Das ist ja der Völlerat. Auch der ist, ja. Der ist ein Riesenmodell, weil das ist einfach ein großes, kein Streitwagen, was ist das? Eigentlich eine Sänfte, ne? Eine Sänfte, genau. Eine Sänfte, die gezogen wird und der Dicke sitzt da drauf mit seinen Dienern. Also, das schreit so richtig nach Slanisch. Das ist ein unglaublich gelungenes Modell. Ja. Was ich gerade sehe, ist, auch der ist jetzt Webster-exklusiv geworden. Naja, es ist, äh, es ist, äh, schwierig. Ja. Genau, aber Glutus ist auch ein mega fettes Modell. Hast du gesehen, dass der, äh, jetzt, war es beim Golden Demon oder war es beim Slayer Sword, glaube ich, gewonnen hat? Ne, tatsächlich, ähm, habe ich das gar nicht verfolgt. Da wäre ich mal so depressiv, wenn ich sehe, wie gut die malen können. Ja, das stimmt. Ne, der, der, der hat gewonnen. Der ist von, ähm, äh, wie heißt der denn gleich? Andy Wardle von, äh, Den of Imagination. Ja, ja, die kenne ich auch. Ja. Genau, das wären so die Lieder, oder hast du noch ein Lieder-Modell, wo du sagst, yes? Also, vom, vom Aussehen her meinst du da? Oder auch Spielstärke, ist mir egal, ja. Hm. Interessant, also gut von der Spielstärke ist der Lord of Pain. Ist jetzt, ähm, vom Aussehen her nicht mein Favorit, gefällt mir nicht ganz so sehr, aber die Möglichkeiten, die er bietet, sind super. Und interessant, und auch vom Aussehen her gut, ähm, habe ich jetzt auch das auf dem Maltusche demnächst, ist der Fürst der Überheblichkeit, also der, ähm, Lord of, äh, wie ist er? Hubris. Hubris, Lord of Hubris, genau. Der ist ein hübsches Modell, und der hat interessante Fähigkeiten, die man gut eingesetzt den Gegner halt richtig nerven kann mit. Oh ja. Ja. Und zumal, ähm, wie wir auch schon beim Battletrom-Review gesprochen haben, mit dieser Möglichkeit, dass du sagst, hier, da soll nur ihr angreifen, und dann kannst du den danach zurückziehen, und der Gegner dann nichts angreifen kann, rein von so wie es da steht, wäre es natürlich schon ziemlich genial. Hm, genau. Ähm, ansonsten, er ist halt ein guter Kämpfer. Ähm, kann, kann halt ne Einheit für einen zu, äh, tanken, was halt gut ist, also sagen wir mal, man hat ne, oder, ne wichtige Truppe Blissbarb Archer steht auf dem Missionsziel-Marker und würde sonst im Nahkampf zerstört werden, und man steht, zieht ihn mit rein, dann kann er halt den ganzen Schaden tanken, ähm, und die überleben das halt und ziehen sich dann wieder raus, wie auch immer. Dafür ist der halt super, und das ist halt ein richtig cooles Modell, weil der so schön überheblich, äh, zeigt ja auch noch die Brust, weil der hat ja die Fähigkeit, äh, äh, you first, I insist, ähm, so nach dem Motto, los, schlag zuerst zu. Na komm doch, na komm doch. Ja, genau. Du siehst, der trägt das Schild und das hält er nicht mehr fest in der Faust, sondern das Schild ist so, zwar sein Arm fest, aber die Hand ist offen, also der ist wirklich so von wegen, da komm, du kannst mir eh nichts tun. Genau, so, so dieser Hohn, ne? Genau, seine ganze Körperhaltung von, die ganze Körperhaltung von diesem Modell spricht wirklich das, was er macht, und das finde ich schon ziemlich cool. Ja. Ja. Er steht auch, er steht auch von Natur aus auf so einem erhöhten Podest auf der Base, also das heißt nicht mal so, ähm, schon von, ähm, von der Boxart her, ist es so, dass er ein bisschen erhöht steht, also richtig dieses, hier bin ich, guckt mich an, greift mich an. Ja. Ah, ja, da freue ich mich schon drauf, den zu bemalen und auch mal einzusetzen. Ähm, ja, ich auch. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir von den Leadern mal zur Battle Line. Die Battle Line bei uns ist ja relativ beschränkt, tatsächlich. Kommt drauf an, welchen Leader mit wir mithaben. Ähm, und zwar, ja, wir haben standardmäßig zwei Einheiten, äh, das sind einmal die Dämonetten und das sind einmal die Blizzbub Archer, über die Blizzbub Archer haben wir eben schon ein bisschen gequatscht, ähm, sind eine sehr solide, wenn nicht sogar sehr gute Auswahl, ähm, äh, wie findest du die Dämonetten im Vergleich? Boah. Hm. Ich meine, sie haben den Rant, das ist schon mal gut, und sie haben zwei Attacken pro Nase, das ist auch nicht schlecht. Hm. Also, ich bin kein Fan von ihnen. Hm. Muss ich sagen, also was jetzt, äh, was ich interessant finde ist, und zwar früher war das ja so bei den Dämonetten, oder generell bei, also ganz früher war es bei allen Dämonen, ähm, so, also bei allen Battle-Line-Dämonen, sag ich mal, dass wenn da, wenn du da einen Battleshock-Test machst und du da eine Einswürfelst, dann kommen W-6-Modelle wieder zurück. Genau, ja. Und das schaffen sie gerade alles ein bisschen ab. Also, oder schwächen es ab. Bei den Dominettens zum Beispiel so, die haben das gar nicht mehr, die haben jetzt halt bei ihnen so, wenn sie diesen Icon-Bearer haben, also den Banner-Träger, nicht Banner-Träger, sondern Ikon-Träger, ähm, dann kriegen die schon beim Sammeln auf die 5-Plus-Anstatt auf die 6-Plus-Modelle wieder. Ja, ist cool, es heißt aber halt auch gleichzeitig, zum Sammeln musst du halt außerhalb des Nahkampfes sein. Ja. Und sie halten halt auch nichts auf mit ihrem 5er-Safe, äh, ja, haben zwei Attacken pro Nase, haben eine kleine Base, das heißt, die zweite Reihe greift eigentlich immer mit an, weil sie 25-Millimeter-Base haben, ähm, das heißt, wenn du jetzt 20 Stück spielst, sagen wir mal, okay, dann kommen 10 Stück ran und vielleicht hast du 20 Attacken. Also, nee, ich kann mich, ich kann mich nicht so ganz mit dir anfolgen, wie siehst du das? Äh, äh, für mich sind die halt einfach nur dafür da, also ich werde die auch in meiner Liste spielen tatsächlich, äh, für mich sind die einfach da, um die einmal irgendwo rein zu jagen, die Privacy Points zu generieren und dann zu sterben, ähm, ich weiß nicht, also man kann sie so ein bisschen buffen, aber dafür muss man Dämonenheld mitnehmen, die ich alle durch die Bank weg, eher nur so mittel finde. Ja. Ähm, vielleicht die Ausnahme noch vom Keeper of Secrets, aber der ist halt auch ein Riesen-Punkte-Invest, ähm, kann man machen, zumal, was noch dazukommt, jetzt unabhängig davon, was sie wirklich können, das sind unfassbar alte Modelle, die so hässlich sind teilweise, ähm, ja, schön ist anders, ja. Die würden mal ein Update vertragen, genau. Aber es gibt Alternativen, äh, wenn ihr euch mal umguckt, gerade wenn ihr einen 3D-Drucker habt, da gibt es von, äh, freien Künstlern Alternativen, die man gut nehmen kann, die sehen fantastisch aus. Das, das ist ja das Gleiche, was ich mit den Beats of Chaos habe, das wird ja so eine Spaßarmee, da werde ich auch, ähm, Alternativen besuchen. Ja, genau. Aber muss man dazu sagen, mit Alternativen kannst du dann halt, ähm, nicht, äh, offiziell bei GW spielen, ne? Ja, genau, ja. Also sofern das auffällt. Ja. Aber auf offiziellen GW-Turnieren, auch im GW-Store könntest du da Probleme mit haben, wenn du, ähm, über den 3D-Druck oder sonstige Alternativmodelle gehst, ähm, weil, ähm, eigentlich, soweit ich weiß, ist auch gerade in GW-Stores, credo, du darfst nur mit GW-Sachen spielen. Ja. Und auch tatsächlich, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber auf der Zeit lang war es so, dass du ja in den GW-Stores, also als Endshot-Sigma rauskam, durftest du ja dann in den GW-Stores nicht mehr mehr Fantasy spielen. Das stimmt, ja. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, ähm, ich weiß, wenn ich, ich persönlich finde es ein bisschen komisch, ich meine, gut, das System unterstützen sollten nicht mehr, aber es sind trotzdem immer noch deren Modelle, aber naja, muss man nicht verstehen, die Firmenpolitik. Mhm. Aber auf jeden Fall für Anfänger, die jetzt auch neu dazustoßen, ich meine, man spielt selten auf offiziellen GW-Turnieren, muss man dazu sagen. Ja. Aber muss man im Hinterkopf behalten. Genau, ja, guter Punkt. Ähm, weitere Modelle, die wir zur Battleline machen können, jetzt würde ich die Klammer etwas öffnen, ähm, da haben wir vor allem zwei Einheiten, über die wir uns auch schon relativ viel ausgetauscht haben, und zwar die Mermaidish Painbringer und die Simbaresh Twin Souls. Unfassbar geile Infanterie-Modelle, das ist mit Abstand meine liebste Infanterie, neben den Chaos Chosen. Ähm, nicht nur, dass die einfach vor Dekadenz glänzen quasi, die sondern die haben auch noch so einen super eigenen Stil, den ich einfach unglaublich liebe. Die sind ja auch im Prinzip tatsächlich so ein bisschen die, ähm, Chaos Chosen mit Slanischmal, wenn du so willst. Ja, genau. Ja. Also günstiger, sind deutlich günstiger als Chosen, aber, ähm, so vom, von, von, vom Aussehen her. Mhm. Haben wir beide auch andere Rollen, ne? Also Chaos Chosen sind ja, so sag ich mal, der Hammer, der die Welt erobert. Und, ähm, die Mermaidish Painbringer sind halt eher so eine Tank-Fraktion, die du irgendwo auf den Punkt parkst. Und da... Das sind Amboss, die du da hinpackst, dann stehen sie da. Genau, genau. Und die Simbaresh Twin Souls sind so ein Hybrid, würde ich sagen, aus Debuff und Schaden, ähm, sind trotzdem, wie du es ja am Anfang schon richtig sagtest, halt relativ stabil. Mhm. Ähm. Viel was hilft. Ja. Ist immer noch okay. Ja. Also, ähm, man muss bei Slanisch dazu sagen, was es ein bisschen, ähm, schwierig macht beim Listenbau und oder das Zusammenstelle. Du hast halt diese drei Unterfraktionen oder so diese drei anderen Slanisch-Fraktionen, ähm, und davon hängt auch wirklich ab, was du denn ein bisschen für eine, wie du deine Liste baust, weil... Genau, ja. Also, was ich zum Beispiel sehr mag, ist ja, sind ja die, ähm, wie heißen sie? Die spielst du auf? Äh, Pretenders. Pretenders. Genau, weil da hat der General die Möglichkeit, ein Befehl dreimal zu sprechen und gibt auch nur einen Befehlspunkt aus. Das heißt, was wie All-Out-Defense, also, dass du plus eins auf deinen Safe aufkriegst, kannst du auf drei Einheiten sprechen. Das ist halt natürlich cool, wenn du jetzt sowas hast mit einem vierer Safe, dann sagst du, okay, die kriegen ein plus eins auf den Safe, dann suchst du noch eine andere Einheit und noch eine andere Einheit. Du kannst also so eine, äh, wenn du mehrere von Einheiten, von diesen Einheiten hast, die einen vergleichsweise schlechteren Safe haben, kannst du die mit sowas zum Beispiel gut hochpushen und dann stehen sie auf einmal doch ganz gut da. Ja, genau. Genau, und, ähm, bei den Mermaidash Painbringern ist es halt so, dass, wenn die auf einem Missionszielmarker stehen oder in der Aufstellungszone des Gegners sind, meine ich, oder ist es im Territorium? Ich glaube, Aufstellungszone. Ähm, ich gucke gerade mal in der App nebenbei. Genau. Ähm, dann... Territorium. Äh, Territorium. Oh, Territorium sogar, meine Herren. Ähm, dann verbessert sich der Schutzwurf um eins. Das heißt, die haben einen 2 plus Safe. Ähm, damit werden die richtig tanky, weil wir können ja noch einen Zauber drauf sprechen und noch All-Out-Defense drauf machen. Dann gehen die halt auf null runter. Ähm, dann sind die nicht so einfach, von Punkten runter zu kriegen, tatsächlich. Ähm, da muss man immer dazu sagen, ähm, wenn der Gegner, sagen wir mal mit Rant, äh, warte mal kurz, die haben jetzt, die haben von Hause aus einen 3er-Safe. Genau. Du kriegst den plus 1, hast einen 2er-Safe. Genau. Und der, ähm, dann machst du noch All-Out-Defense, hast du rein rechnerisch einen 1er-Safe und, ähm, du kannst aber am Ende, nach der Rechnung, also wenn der Wuchtwert abgezogen wurde, immer nur dein Safe um 1 verbessern. Das ist richtig, ja. Das ist immer so ein bisschen, das klingt immer so cool, wenn du sagst, ja, ich mach jetzt hier müßliches Schild noch auf, dann haben sie im Prinzip 0er-Safe. Und wenn der Gegner dann mit, ähm, kein Rant ankommt, also mal ernst, 1 ist immer Fail beim Safen und, ähm, du kannst halt nicht mehr als plus 1 kriegen. Genau, aber es hilft dir halt, genau, aber es hilft dir halt prinzipiell gegen so Einheiten wie einen Ogerfrostlord, der halt einfach zuschlägt wie eine Dampflok, dass du da quasi einfach einen guten Safe gegen hast. Genau, dass du was mit Rant 3 oder sowas einfach mal aushalten kannst, dass du sagst, ja gut, dann hab ich immer noch ein, ähm, 4er-Safe, so nach dem Motto. Genau, ja, genau. Ja, ähm. Also, ich bin auch ein großer Fan von denen. Ich auch, ja. Die waren zwar echt nicht schön zu bemalen, weil ich kein Fan von diesen ganzen Metallic-Farben bin, aber... Oh ne, das ist kein Thema gewesen. Du hast keine Airbrush, ne? Ne. Ja, mit der Airbrush steht dir halt ein Traum. Ähm, ich hab jetzt schon 10 davon bemalt. Ja, ich hab auch 10 davon bemalt, aber das war halt alles mit Pinsel, also... Ja, ja. Ja, vor allem gerade dieser Kupferton, der ist ja mit den Games Workshop, hast du die mit Games Workshop haben bemalt? Ich hab die, ähm, noch mit Games Workshop haben bemalt, ja. Oh, ja, dann verstehe ich den Struggle. Weil so diese, diese helle Bronze, das ist einfach nicht gut von GW leider. Nö, ich hab das auch, ich hab den auch anders gemacht. Also, ich hab dann einfach mit Gold, mit Gold gearbeitet und verschiedenen Washes, dass ich da andere, ähm, an verschiedene Farbgebungen hatte einfach. Ah ja, okay, ja. Aber ich glaub, die hab ich noch noch, nee, die hab ich noch gar nicht fotografiert, siehst du? Muss ich mal machen. Ja, guck mal. Aber die Twin Swords zum Beispiel, wenn wir nochmal darauf zurückkommen wollen, die sind halt auch wirklich nicht schlecht, ne? Also, ich mein, die, ähm, Minus 1 auf die, ähm, auf den Attackenwert, ähm, genischer Attacken, genischer Einheiten, die innerhalb von 3 Zoll sind, also alle, die innerhalb von 3 Zoll sind, kriegen Minus 1 auf die Attacken. Mhm. Und die haben einen 5er Retter, wenn sie da von 3 Zoll vergehen dann sind. Also, das heißt jetzt mal nur ein 4er Save, aber ein 5er Retter. Genau. Und, ne, wenn wir das so machen, wie du es eben schon sagtest, mit dem All-Lot Defense auf die drauf, die wären halt für mich ein prädestiniertes Deal dafür, wenn du nicht gerade All-Lot Attack brauchst, ähm, dann, äh, haben die einen 3er Save und einen 5er Finor Pain, dann sind die halt auch super stabil. Mhm, ganz genau. Ja. Und die buffen doch on top, das ist cool. Und die synergieren ja dann auch nochmal mit unserer Depravity-Tabelle, ne? Ähm, also, das ist, die sind schon relativ stabil. Also, ja, ich meine, wenn man jetzt sagt, man möchte eine sterbliche oder eine größtenteils sterbliche Armee machen, dann wären die Thunzolz und die Painbringer und dazu halt noch die, ähm, Blizzbub Archer schon deine 3 Battle-Line-Einheiten für deine 2000 Punkte. Mhm. Wo man sich entscheiden kann, möchte man die als einfache oder als verstärkte Einheiten spielen? Ja, genau. Aber damit hast du schon mal den, so einen Grundstock, du weißt, weil Battle-Line brauchst du ja mindestens 3 bei 2000 Punkten und dann hast du schon mal die 3. Mhm. Ach, wo, man muss noch dazu sagen, dann hattest du gesagt, wie die freigeschaltet werden? Äh, nee, hatte ich nicht. Die werden über den Lord of Pain als General freigeschaltet. Oder den Lord of Hubris. Ah, der macht das auch. Der macht das auch. Mhm. Ah ja, okay. Also, einer von dem her muss der General sein, das ist dann halt immer so ein bisschen so, wo du sagst, ah, okay, also doch nicht die Keeper of Secrets zum Beispiel als General. Ähm, aber ich denke mal, die beiden machen sich auch durchaus gut als General. Ja. Also bei mir, bisher habe ich, äh, ich habe gut, bisher habe ich gespielt, ha, ich habe ein Spiel gemacht mit denen. Ähm, bisher war für mich immer der Lord of Pain, der, ähm, der General und der hat auch da super funktioniert mit. Ja. Ja. Na, glaube ich gern. Mhm. Das war super. Ja. Okay, dann war das unsere, in Anführungsstrichen, Battleline. Ähm, wir können dann nochmal über unsere Brawler-Einheiten sprechen. Ähm, da haben, oder gibt es meiner Meinung nach vor allem drei. Das sind einmal dieses Slangor Fiendplatz, das sind einmal die Fiends, die jetzt auch GW-Exklusiv geworden sind. Herzlichen Dank. Und das sind die, oh Gott, wo sind sie? Äh, die, ach hier, Streitwagen. Ähm, was hältst du von diesen Einheiten? Ich muss sagen, hier würde es mir schwerfallen, mich zu entscheiden. Ich bin da ein bisschen, äh, bisschen sauer auf GW, äh, wie in den Streitwagen. Okay, warum? Weil die waren im vorherigen Battle-Turm deutlich stärker. Mhm. Ähm, die haben sich jetzt ein bisschen abgeschwächt und, sodass ich die eigentlich echt nicht mehr so wirklich attraktiv finde. Also, sonst hatten, also, wirklich nagelt mich jetzt nicht drauf fest, ich habe jetzt nur noch die, ähm, die, ähm, die App-Sachen. Das heißt, ich weiß nicht mehr genau, was im alten Battle-Turm war. Aber, wenn ich mich richtig erinnere, war das so, dass alle Streitwagen den Auffalltreffer hatten. Das heißt, wenn du reingechargt bist, dann hast du Würfel gewürfelt und dann gab's da Tödliche. Und der bessere Streitwagen, es gibt ja den Seeker-Chariot, Hellflayer und den Exalted-Chariot. Das sind diese drei verschiedenen Streitwegen. Und beim Exalted-Chariot war noch so, dass der den Auffalltreffer gemacht hat und dazu setzt sich, dass du zum Beginn der Nahkampfphase, ähm, Würfel würfelst und dann gibt's auch nochmal Tödliche auf eine 4+. Oha! Also, das heißt, du hattest den, hast diesen Streitwagen genommen und hast halt erstmal enorm viele Tödliche generiert und das fand ich supergut. Haben sie jetzt nicht mehr. Das heißt, also, für mich sind die Streitwegen rausgefallen, ähm, allein schon auch, weil ich's nicht bemalen möchte. Ja. Ähm, was für mich tatsächlich eine Einheit ist, die ich absolut liebe, sowohl von den Regeln als auch von den Modellen sind die Fiends. Ja. Ähm, die hatte ich lange Zeit lang immer probiert, meine Liste mit einzubauen, aber sie kosten mittlerweile 200 Punkte, sind relativ hochpreisig geworden. Aber meiner Meinung nach sind sie ihre Punkte wert. Ja, schon. Die sind halt, wie du es schon sagtest, so, ne, die Dämonen, die so, äh, gepanzert sind. Ähm, also man muss bei denen extrem aufpassen, gerade Carada und Overlords oder so, die lecken sich die Finger, wenn sie, äh, auf die anlegen können. Ja. Ähm, oder Ogre zum Beispiel, aber, ähm, die haben schon, also wenn die in den Nahkampf kommen, dann haben die schon einen richtig, richtig harten Output. Ähm, ja. Ich mag die auch sehr gerne. Ich hab schon gehört, die sollen eine absolute Katastrophe zu bauen sein und zu bemalen. Ähm, das gilt eigentlich fast für die ganze Range, da kommen wir auch am Ende nochmal drauf. Ähm, aber die finde ich auch mega cool. Also die sind auch so, diese Modelle, die sind so herrlich verstörend wieder. Ja, genau. Also da ich auch wieder so sage, äh, so, also hübsch verstörend, also die, die treffen so diesen, diesen Kern dieser Armee so wieder und ja, wenn, aber wenn sie auch im Nahkampf sind, selbst wenn sie da nicht gleich was töten, machen sie trotzdem erst mal minus eins zur Hütte und Rule-Rolls gegen sie. Das heißt, klar, haben die nur ein Fünfer-Safe, aber die werden um eins schlechter und getroffen und schlechter verwundet. Das ist, das macht schon mal die ein bisschen widerstandsfähiger. Mhm, ja. Und wenn die, und dann sind die auch noch relativ schnell, wenn du die schnell in die, ähm, die feindliche Backline reinhaust, kriegt der Gegner noch minus eins auf seine Zauber- und Unbinding- und Despairing-Rolls. Ja. Innerhalb von zwölf Zoll. Also die haben so viele, die haben so viele Fähigkeiten, wo ich sage, allein das ist schon fast die 200 Punkte wert. Und dann haben sie noch vergleichsweise wirklich guten Damage-Output. Ja, muss ich auch sagen. Also ich habe die leider in keiner meiner Liste drin, weil die jetzt die teuersten, die kosten auch von der Beschwörung her, glaube ich, 30 Punkte, was halt relativ teuer ist. Ja, für drei Stück. Für drei Stück, wo du mal die Beschwörungspunkte zu dem Zeitpunkt eigentlich sagst, naja, willst du sie nicht unbedingt ausgeben. Aber, ach, da bin ich immer noch manchmal überlegen, ach, mach ich die nicht doch noch irgendwie rein, nehm ich doch nicht doch noch welche Slip-Blade Seekers wieder raus, mach dafür Feeds rein. Ja, aber wenn ich mich jetzt, ja. Also dadurch, dass ich sie noch nicht zu Hause habe, weil ich sie mir noch nicht gekauft habe, ich aber die ganzen anderen Modelle größtenteils schon habe, fällt mir die Auswahl momentan nicht so schwer. Ja, aber wenn ich sie mir mal hole, dann würde ich echt wahrscheinlich immer wieder überlegen, wie ich da reinmache. Ja. Ja, es war für mich tatsächlich auch die Entscheidung, entweder die Seeker zu nehmen oder halt die hier. Die Seeker, also für mich war die Entscheidung halt in der Hinsicht einfacher, dass die Seeker für mich zugänglicher sind. Wenn ich die Fiends hätte, würde ich wahrscheinlich sogar eher die Fiends spielen. Aber die Frage stellt sich halt nicht, weil ich kaufe nicht bei GW im Webstore. Und von daher heißt es halt einfach Pech gehabt. So, ne. Und dementsprechend sind es bei mir jetzt die Reiter geworden. Ja. Ja. Jetzt machen wir ja auch ohnehin, dass ich jetzt ja irgendwie hetzen möchte, aber selbst wenn du einen Webstore kaufst, brauchst du ja Ewigkeit, wenn es dann mal bei dir ist, ne. Absolut, ja. Also, dass du es dann schnell da hast. Es ist ja mittlerweile locker mal zwei Wochen, dass du auf deine Sachen wartest. Genau, ja. Was hältst du von den Slangors? Wir hatten ja eben schon kurz drüber gesprochen, aber ich finde die halt hübsch. Hast du sie schon gemalt? Ne, aber sie sind schon grundiert. Viel Spaß. Also von dem Modell her finde ich sie auch klasse, muss ich sagen. Also so vom Aussehen her, auch da haben sie wieder den Kern der Sache getroffen. Aber wie du auch anfangs schon gesagt hattest, es gibt Einheiten, die füllen den Platz besser aus für die Punkte. Die kosten 145 Punkte und da sage ich mir, nee, also für 145 Punkte kann ich auch lieber fünf Painbringer rein. Ja. Die bringen mir im Spiel vermutlich mehr als drei Fiendplatz, weil die Fiendplatz haben halt auch wieder halt nichts aus. Das heißt, die werden schnell mal weggeschossen oder weggezaubert, weil die haben halt auch alle kein nix gegen Tödliche, erst wenn du halt die Schwungspunkte gesammelt hast zum Schluss. Ja, ansonsten die Fähigkeiten von denen finde ich jetzt auch nicht so prickelnd, als ich sage, dafür sind sie gut. Sind halt nett, aber männlich. Ja, genau. Sie sind halt nett und nett ist halt auch der kleine Bruder vom Arschloch. Ne, also so zum mal bemalen, wenn man Spaß daran hat, sowas zu bemalen, sowas, ja. Ja, ich würde sie aber nicht für eine 2000-Punkte-Armee empfehlen. Ja, ich auch nicht. Also, wie du schon sagst, so für Liebhaber oder die sind, glaube ich, auch im Battleturm von den Beasts of Chaos, oder? Ja, ja, bei Beasts of Chaos sind die auch drin. Ich weiß, da werden sie vielleicht schon wieder interessanter, weil die ja dann den Rant immer wieder erhöhen, ne? Genau, ja. Dann haben sie einen von zwei und dann ist es schon wieder cool irgendwie. Ja, und die dürfen vor allem in diesen Ambush gehen, ne? Ja. Genau. Genau, da könnte ich mir die auch vorstellen, aber bei Slanisch... Aber es sind halt auch nur drei Modelle pro Einheit. Ja, ja, genau. Die kannst du nicht größer machen. Genau. Na doch, einmal. Kannst du einmal verstärken. Kann man. Ja, man kann jede Einheit, außer diese Technik, kannst du jede Einheit einmal verstärken. Ah, okay. Die kann das Bettelang dann zweimal verstärken. Ja, okay, aber da gibt es, glaube ich, keine Möglichkeit, ne? Die hier? Die hier? Die hier, ich glaube nicht. Nee, nee, die sind in die Bettelang. Also, fand ich bei den Slanisch. Alles klar. Dann sind wir fast durch. Die Streitwegen. Moment, wie siehst du denn die Streitwegen? Ach so, stimmt, die Streitwegen, habe ich noch nichts gesagt. Ich finde die pottenhässlich. Ähm, ich habe auch schon gesehen und gehört, dass es ein absoluter Krampf sein soll, die zu bauen und zu bemalen. Ähm, und dafür, dass die, also die sind halt super billig, ne? Da brauchen wir nicht drüber reden. Also, ein, so ein riesen Streitwagen kostet halt 27 Euro, selbst bei Games Workshop. Das ist halt wirklich, wirklich wenig. Ähm, würde ich mir trotzdem nicht kaufen, weil ich finde die so hässlich. Das ist unfassbar. Und wie gesagt, Spielstark, du hast ja auch schon gesagt, die machen halt fast nichts mehr. Die haben eine nette Fähigkeit. Würde ich sie dafür mitnehmen? Ich glaube nicht. Ich meine, man muss auch dazu sagen, dass du jeden dieser Streitwagen auch als Heldenoption bauen kannst, ne? Ja, das stimmt. Also, ich glaube, fast jeden der Streitwagen. Das heißt, den können die auch nochmal zaubern extra. Ja. Machst du noch Flaming Weapon rauf und dann haben sie ein Damage mehr. Ja, dann machen sie zwei. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, genau. Nee, also, bei denen hatte ich so, als ich den Battletoam das erste Mal gelesen habe, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, ah, okay, GW möchte die alten Modelle langsam so ein bisschen raushaben. Ähm, würde ich persönlich in keiner Liste spielen, doch, in einer Liste spiele ich sie, nämlich nächste Woche. Nee, diese Woche. Crazy. Ja. Ja, letzte Woche für euch, wenn ihr es hört, weil da bin ich in Berlin gewesen und dann haben wir, haben David und ich zusammen gegen Avi und seine Freundin gespielt und wahrscheinlich gewonnen. Ich sag's, wie es ist. Jetzt hast du es gejinxt, das ist nicht gut. Jetzt habe ich es gejinxt, aber Avi kann ja nichts dagegen sagen. Nee, stimmt, das stimmt. Aber ich mache morgen mit ihm eine Aufnahme. Also. Ah, ja. Ja. Ähm. Genau. Und, äh, also ich bin gar kein Fan von den, von den Streitwagen wegen, ja. Also ich muss halt dazu sagen, ich hab, einen Streitwagen hab ich da, weil mir der gute Patrick hat mir seinen Slanisch gegeben und der, ähm, hat die schon alles zusammengebaut und da bin ich auch sehr dankbar für, dass ich den nicht zusammenbauen musste. Und auch nicht bemalen musste, weil ich hab gesagt, ich hab erst überlegt, ob ich den in meinem Ziel bemale und dachte ich so, nee, weißt du was, den lass ich so. Dann hab ich eins so, wie er es bemalt hat und, ähm, ich hatte auch keine Lust, den zu bemalen, weil, nee. Der hat so viele Stellen, wo du nicht mehr rankommst, wenn das zusammengebaut ist. Und, also, hatte erst überlegt, ob ich mir mal so eine Streitwagenliste baue, aber das war noch vor dem neuen Battleturm, da hätte, da wäre die echt lustig gewesen. Aber jetzt sagt mir, nee, davon bin ich abgekommen. Hab auch für mich gemerkt, dass ich nicht so der Fan bin von zu schnellen, ähm, Einheiten, da, da bin ich überfordert von. Und, ja, ich bin eher so, ich bin eher so, ähm, Geschwindigkeit foult hier, also, das ist so, eher so meins, deswegen spiel ich auch gerne Nurgle. Ja. Ja, da war's mal, meine Armee ist, meine Armee wird relativ schnell sein, am Freitag. Das ist doch gut, meine ist langsam, also, da hast du doch. Ja, genau, dann stepp ich zuerst und dann, ha, 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 gucken wir mal. Okay, ähm, genau, dann bleibt uns eigentlich zum Schluss nur noch, äh, über, die Zauber zu sprechen, die Endlustzauber. Sind die für dich hot oder sind sie grott? Ja, grott. Ja, für mich auch. Sie waren? Ich hab die gesehen. Ja. Erzähl ruhig. Ich hab, ich hab die gesehen und hab gedacht, cool, Geld gespart, danke. Ähm, hm. Also, sie war, ich hab, also, sie waren mal cool, beziehungsweise der Spiegel war mal echt cool, vor allem in der letzten, im letzten Mitteltraum. Mhm. Äh, die haben sie ja komplett abgeändert und, ähm, deswegen sind die dann auch für mich rausgeflogen. Ansonsten hatte ich den Spiegel eigentlich überall drin, weil der einfach enormes Potenzial hatte. Was hat der gemacht, äh, und, äh, und früher, ähm, ich hab den genauen Wortlaut nicht mal im Kopf, aber früher war das so, du hattest, ähm, für einen genischen Helm gewürfelt, der eine gewisse Anzahl an Zollen Reichweiter war und ich glaube, du hast sechs Würfel gewürfelt. Der Sechste ist ja die Fallzahl von Zahnisch, genau. Genau. Und, dann war es aber nicht so, dass es jede Sechs eine Tödliche gab, sondern jede Sechs wurde miteinander multipliziert. Irgendwie so war das. Was? Also, du hattest dann zwei Sechsen, hieß dann, äh, wie war denn das? Also, du konntest mit diesem Spiegel im besten Fall 36 Tödliche machen. Wow. Genau, das heißt, wenn du sechs Sechsen hattest, hattest du 36 Tödliche. Und, das ist natürlich ein enorm geniales Potenzial gewesen. Hattest du seltenst in dem Fall, aber ich meine auch schon drei Sechsen, wenn dann halt einfach mal, also, irgendwie so war das. Also, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Also, das Potenzial an Tödlichen von diesem Spiegel war enorm. Jetzt ist der Spiegel halt komplett anders. Mhm. Und, ähm, immer noch interessant, weil der theoretisch dir auch Beschwerungspunkte bescheren kann. Aber dadurch, dass der nicht räuberisch ist, sprich, ähm, der bleibt an Ort zur Stelle, wo du ihn beschworen hast, die Räuberischen, die kannst du dir bewegen, ist der für mich rausgefallen. Wenn der räuberisch wäre, dann hätte ich gesagt, ach, wäre noch eine Idee gewesen, weil dann kann man den ein bisschen besser einsetzen. Dann sagst du, okay, dann fliegt er erst da hin, dann fliegt er erst da hin. Aber ich merke das bei dem Doom-Siegel, bei dem Dates of the Darkness, ich habe das jetzt auch in der Liste noch drin, aber meistens kommt das nicht so gut an. Ja. Ich hatte es ja auch in meiner Liste drin. Ich habe den Zauber einmal gezaubert und da war er komplett nutzlos. Ja, da muss man echt aufpassen, wo man ihn hinzaubert, denn er muss es auch noch durchkriegen und dann soll er nicht gebannt werden und naja. Genau, ja, ja, ja. Ja, also ich würde sagen, haben wir 35 Euro gespart. Ja. Ähm, genau. Ich belege gerade, es gibt ja noch dieses komische Gesicht da, wie heißt es, dieses Dreadful Visage. Ah, ja. Ah, was hat das denn? Das sehe ich immer, wenn ich morgens so nach dem Aufstehen in den Spiegel gucke, dann denke ich mir, oh mein Gott. Ganz genau so ist das. Du bist ja wieder ein Jahr jälter geworden und merkst, es ist noch mehr, wa? Ja, ja. Ich sage es, wie es ist, man geht irgendwann nach Erde zu riechen. Ähm. Du, du kannst, ich war am Samstag bei einem Geburtstag vor meiner Nichte und dann wurde da so Bilder von dem Frühjahr angespielt und ich habe mich gesehen vor zehn Jahren. Oha, da habe ich gemerkt, ich bin Alkohol geworden. Okay. Ähm, du bist ja auch nicht so viel älter als ich, oder? Nö, ich benutze, ich werde jetzt 33 dieses Jahr. Ja, komm, dann stelle ich mich mal nicht so an. Also, wir sind ja noch fast in der, eigentlich nicht mehr, aber wir sind fast in der Blüte unserer Jugend. Naja, gefühlt schon. Schon. Wir sind im Herzen jung geblieben, im Geister auch. Ja, also ich meine, man merkt es an unserem genialen Humor, wir sind einfach noch Teenager. Das stimmt. Sobald Pipi-Kaka-Humor auftaucht, äh, bin ich drin. Da sind wir sofort dabei. Ja. Aber ja, das sind schon die Endless-Tauber und da ist, ähm, auch, da sind wir uns einig, die sind nicht Pflicht für eine Armee der Hidden Knights und kann man sich gerne sparen das Geld. Genau. Was man sich vielleicht nicht sparen kann, ist das Bemalen der Armee. Ich würde sagen, wir leiten mal dahin über. Ich hatte es ja schon angerissen, aber du hast da ja schon mehr Erfahrung als ich. Auf einer Skala von, äh, 1 bis, äh, Slanesh-Folterschmerzen. Ähm, wo liegt die Armee? Äh, also Slanesh-Folterschmerzen sind sie nicht. Mhm. Man kann ja dank, ähm, der, also wenn man jetzt GW-Farben nennt, da haben sie ja diese, ähm, wie heißen sie, äh, Kontrast-Farben. Die Kontrast-Farben, genau. Man kann dadurch, dass bei Slanesh viel Haut, beziehungsweise Fleisch, äh, gezeigt wird, äh, viel mit den Kontrast-Farben arbeiten. Die, äh, Metallic-Farben machen sich, äh, die Metallic-Sachen machen sich für Kontrast nicht ganz so ideal. Ähm, Stoffe auch schwierig, kommt auf allem, was du für Stoff hast. Aber ich sag mal, es ist herausfordernd. Ja. Würde ich sagen. Ist nichts, wo man sagt, naja, das, ähm, macht man mal so schnell hin. Also kann man machen, aber das Verdanken an die Modelle nicht so gut. Also, die sind halt wirklich sehr detailverliebt, haben viele Kleinigkeiten dran, ne? Und ich glaube, ähm, da ist man selber auch nicht so zufrieden, wenn man dann danach sieht, ach, Mist, jetzt habe ich das Detail überall sehen. Also man muss da schon ein gutes, also man sollte da schon langsam rangehen, sich alles angucken, dass man auch gar nichts vergessen hat, weil überall hast du so welche kleinen Edelsteinchen, dann hast du da wieder ein Piecing in der Haut. Ähm, und so eine Geschichten. Also die sind schon, sind schon nicht ohne. Viel mit, mit, also viel mit gemischten Fabrikaten, dass du da Stoff, Metall, Haut, Rauch, ähm, dann geht's in die, in die ganzen Spiegel, hast du oft mit dabei, dass du Spiegel bemalen musst, dann hast du Diamanten oder, oder, ähm, Perlen. Ist schon viel selten, vielfältig, meine ich. Ja, ist es. Ja, da bin ich bei dir. Ähm, ich fand die, den, also ich habe bis jetzt Siegwald, den Lord of Pain und Teile des Fanes aus Lanesh bemalt. Ähm, Siegwald war an einigen Stellen schon eine Katastrophe zu bemalen. Weil der halt wirklich super viele verwinkelte Stellen hat. Den nackten Hintern zum Beispiel. Ja, aber da habe ich mir sehr viel Mühe gegeben. Stell noch ein Selbstporträt und macht von hinten, ah, so sieht's aus, okay. Ah, ja, so meint man also, äh, Pobacken. Ähm, genau, ne, und, äh, es ist schon herausfordernd, aber es ist, wie du sagtest, mit Kontrastfarben tatsächlich sehr möglich. Gerade, wenn man wirklich, sag ich mal, wirklich hart in die Richtung slanisch geht und richtig kreischende Farben haben will. Ähm, so mache ich es zum Beispiel. Und, ähm, die belohnen einen dafür dann wirklich sehr, wenn man so richtig, also ich habe bei mir jetzt richtig krasse Lila- und Pinktöne drin in den, in den Stoffen und in der Rüstung und sowas. Und das sieht schon echt fast, äh, fantastisch aus, wenn das auf dem Feld steht, weil das halt sowas ist. Das sieht man nicht immer. Ne, das stimmt. Ähm, aber es ist eben, also gerade für Anfänger, glaube ich, ist es schon relativ herausfordernd. Was für mich auch dazu kommt, absolut herausfordernd, ist, äh, die zu bauen. Also ich habe, glaube ich, Jahre meines Lebens verloren, als ich jetzt die Slickblade Seeker und die Blizzbub Archer vor allem zusammengebaut habe. Also wer sich das ausgedacht hat, wie die zusammengehen, der, dem sollte man mal eine Backpfeife verpassen, ohne Witz. Also da habe ich ja gar keine Erfahrung mit, weil ja dank zweiterweise ich die Modelle von Patek bekommen habe. Und, ähm, da habe ich jetzt bisher nur den Fane zusammengebaut und den neuen Helden, den, ähm, Lord of Fubris zusammengebaut. Den Rest, der war schon zusammengebaut, da musste ich keine Fingerkrum machen. Oh, wow. Ja, freu dich, dass du es nicht machen musstest. Also die Blizzbub Seeker haben halt so ein Ding, dann hast du ein Stück Arm mit so einem Irgendwas dran, das sieht halt aus wie so eine, wie so eine, wie so ein, wie so, wie so ein Straßenbamper. Und dann sagt die die Anleitung, ja, kleb das mal hinten fest, aber das Modell wird von vorne gezeigt. Und bis du die Stelle exakt gefunden hast, die auch noch winzig klein ist, wo dieses Ding hin muss, da drehst du schon durch, wirklich. Hm, ja gut, so hast du es immer ätzend, das stimmt. Ja, und das ist, also du musst dich auch teilweise so komisch ineinander klicken oder so reinwinden, also es ist wirklich da, also da haben sie sich wirklich keinen Gefallen mit getan. Ähm, aber wenn die zusammengebaut sind, dann ist es halt eine superfette Armee. Ja, ich muss halt auch leider sagen, dass es, ähm, klar, das Basteln gehört mit dazu. Und ich bastle auch, also ich baue auch ungeheblich gerne zusammen, weil ich würde das nochmal ein bisschen gucken können oder sonst was. Aber ich habe immer schon das Gefühl, dass die, ähm, die Gussrahmen extra so machen, damit du, damit die, des Bastelnswillens, du länger damit beschäftigt bist. Ja. Du hast oft Sachen dabei, wo du sagst, das ist doch, da kann ich mir nicht erzählen, dass es so, dass es der beste Weg ist, diese Modelle zusammenzubauen. Ja. Du sagst, so, 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 irgendwie so, der kleine Zeh des Drachen muss noch da rangeklebt werden, aber da hätten sie auch mit reinmachen können, ja. Ja, naja, manchmal heißt es ja, äh, oder ich hatte das mal, ich glaube bei der Spielebude hatten sie es mal im Stream, dass es bei GW wohl so ist, die werfen das in so eine, in so eine Software rein und die sagt dann, pass auf, wenn du jetzt diesen kleinen Zeh mit abmachst, dann sparst du so und so viel Plastik, das sind nochmal bei 25.000 Gussrahmen irgendwie 5 Dollar, äh, 5 Pfund. Ja, okay, gut. Ähm. Das kann ich dann wieder verstehen. Und das sind dann halt so, 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 so Quatsch, äh, Gussrahmen-Bildung dann, ne? Ja, das ist, aber halt doch irgendwie, äh, doch irgendwie verständlich, weil, ja, man muss halt sparen, wo man kann, aber es nervt manchmal wirklich, dann hast du da so Sachen, wo du sagst, ey komm, das hättet ihr auch anders machen können, aber, ja, da bin ich ja froh, dass ich die nicht zusammenbauen muss, ich überlege gerade was, na gut, ich werde mir ja noch die, ähm, Mürme der Twin Souls holen, zehn Stück davon. Die sind komplett easy, ja. Und Siegwald werde ich noch holen. Ja. Und den Keep of Secrets noch. Den habe ich jetzt auch hier stehen, der war auch wild zusammenzubauen teilweise. Ähm, weil diese ganzen Ketten sind einzeln. Lässt der sich gut magnetisieren? Also die Wachoption? Null. Ah. Ähm, weil die, also, ja, einmal das und, also man kann die mit Sicherheit, das will ich jetzt nicht sagen, man kann die magnetisieren, aber ich hatte keinen Bock zu, weil, ähm, du hast so komische Dreiecke in den Handgelenken und diese Dreiecke klicken dann quasi ins Handgelenk, wenn du das reinklebst und das müsstest du ja alles erst gerade machen, dann mit Green Stuff und so, da hätte ich keine Lust zu. Ähm, ich habe jetzt einfach Shalaxy Hellbane gebaut und ich spiele die dann als Keep of Secrets, ähm, weil ich bin der Meinung, mehr als einen braucht man wahrscheinlich nicht. Ne, also, ähm, also ich werde den fast nicht mehr als eins spielen. Ne, ähm, was ich halt jetzt noch überlege und da gucke ich mal, ob ich vielleicht beim Fantasy Inn mal lieb nachfrage, ähm, ob ich Dexessor oder Sinessa halt nochmal hole. Ähm, wahrscheinlich eher Dexessor, ich mag auf diesen Riesenmantel, der nach oben hoch geht, der, die erinnert mich so ein bisschen an Lilith aus Diablo. Wenn du, wenn du ganz wild bist, dann malst du das wirklich wie so ein Faunteil. Oh mein Gott. So schön, so ein großer Faub. Ja, ich sehe gerade, die hat einfach zwei Oberkörper. Was zur Hölle. Ja, auch allein das ist schon wieder so ein Grund, aber ja, ähm, war es recht ein bisschen erinnert, die hat ja zwei Oberkörper. Aber nur ein paar Brüste. Nur ein paar Brüste, ja. Ach stimmt, die hat eine männliche und eine weibliche Brust. Das ist aber, das ist auch tatsächlich fast bei allen Slanisch-Modellen so, dass die alle, ähm, so wo als auch sind. Ja. Das sind Zwitterwesen, ne? Ach Gott, ey, die ist echt hübsch. Das ist echt schönes Mutter, ey, meine Herren. Und die ist verhältnismäßig günstig, finde ich, mit 100 Euro. Ich hab mir ja, das ist die Regeln von den beiden noch nicht angeguckt, weil es halt namhafte, äh, namhafte sind, die gucke ich mir selten an. Siegweite ist so eine Ausnahme. Aber bei so namhaften, da gehe ich meistens großen Bogen drumherum. Aber, ach, jetzt machst du mich schon, ja, ja, mal gucken, vielleicht hol ich mir die auch noch. Ja. Aber, ja, bemaltechnisch und basteltechnisch sind sie, äh, herausfordernd. Ja, definitiv. Wie sind sie denn für dich so spieltechnisch? Sind die was für Anfänger? Sind die nichts für Anfänger? Ähm, was würdest du sagen? Hm. Sowohl als auch fast. Also, was ich persönlich ganz cool finde, dadurch, dass du ja diese drei Unterfraktionen hast und in diesen drei Unterfraktionen jeweils nur drei Auswahlmöglichkeiten zwischen den Command-Trades und den Artefakten zum Beispiel hast und den Zaubern, hast du, da wirst du davon nicht so erschlagen. Ja. Das finde ich schon mal für, für Anfänger sehr gut. Das heißt, du liest dir das durch und denkst, okay, ähm, liest dir am besten so die, erst mal die Unterfraktion durch und denkst, okay, welche passt denn so für dich von den Fähigkeiten der Unterfraktion zu deinem wahrscheinlichen Spielstil und dann kannst du danach gucken, ach gut, okay, hast gar nicht so große Auswahl, das heißt, da kannst du erst mal nicht so viel falsch machen. Ähm, und ansonsten, ich denke eigentlich schon, dass auch Anfänger Spaß daran haben können, die zu, äh, die zu spielen. Muss ich sagen. Ja. Ja, ne, weil ich, du wirst, du hast nicht so viele, ähm, Regeln, die du beachten musst. Findest du? Finde ich echt, finde ich echt, ja. Okay. Tatsächlich würde ich, sehe ich das komplett anders. Ja. Aber erzähl erst mal zu Ende. Ja, ich, ich überlege gerade, wie, ähm, das ist halt, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass ich ja mittlerweile schon so in den ganzen Themen drin bin, dass ich das nicht mehr so gut einschätzen kann. Das ist eine gute Möglichkeit auf jeden Fall, weil ich persönlich gucke mir das halt an und denke so, okay, cool, ähm, ich lese mir die Beschwörungsmechaniken durch und sehe, okay, bei, äh, wenn ich zwölf Beschwörungspunkte gesammelt habe, dann bin ich, werde ich um eins schlechter getroffen. Wenn ich 24 Beschwörungspunkte habe, dann, ähm, mache ich tödliche mit dir, ähm, mit dem Treffer von sechs. Und bei 36, ähm, habe ich einen Fünferritter. Ja. Und dann gucke ich mir da im Gegenzug an, was ich für diese Punkte beschwören könnte und weiß dann für mich persönlich sofort, okay, gut, also auf Beschwören werde ich wahrscheinlich nie gehen, außer es ist dringend notwendig. Ja. Und dementsprechend weiß ich schon, wie ich meine ganze Armee aufbauen werde. Und, ähm, wenn du diese 12, 24, 36 im Kopf hast, weißt du schon, äh, ist für mich schon so drin, okay, relativ schnell gemerkt, ich, äh, was dann an diesen Punkten passiert und danach hast du ja nicht mehr so viele Sachen, die einzelnen Regeln von den Modellen, ja, aber das hast du bei anderen Armeen auch, dass die Modelle viele Sonderregeln haben. Mhm. Und die Armee per se hat, finde ich, gar nicht so viele Sonderregeln. Nee, die Armee nicht. Ich finde schon, dass du halt viele Synergien beachten musst. Du hast viele Wechselwirkungen zwischen Charakteren und Einheiten. Genau, das stimmt. Ähm, gerade bei den Dämonen, also ich sag mal hier, der Keeper of Secrets mit seinem, du darfst zweimal kämpfen, du darfst das, du darfst das. Ähm, oder bei Trefferwürfen von, oder du debuffst gegnerische Einheiten, das ist halt alles was, was du ja am Anfang auch im Kopf behalten musst. Wenn du die Tokens nicht hast, da, ne, bietet sich ja zum Beispiel schon wieder das an. Ja, genau. Ähm, also ich würde sagen, sie sind für Anfänger durchaus spielbar, aber schwierig, ähm, für fortgeschrittenere Spieler, beziehungsweise Profis, sind die, glaube ich, echt, okay. Also da gibt's Armeen, die sind schwerer zu spielen. Ähm. Ähm, allen voran sowas hier wie, ähm, Beasts of Chaos, wie, ähm, Bloomswild Kids. Also man muss sagen, Slanisch ist jetzt keine Armee, ähm, wo du sagst, du hast jetzt einen Weg, wie du die Armee zusammenstellst und da hast du zu 80% einen Gewinn. Ja. Also seh ich sie nicht, seh ich sie nicht. Ich seh so, ähm, man muss halt, man muss die, ähm, man muss mit denen, äh, man muss die lernen zu spielen, die einzusetzen, aber das seh ich mittlerweile bei sehr vielen Armeen eigentlich. Und das find ich auch gut. Ja, das find ich auch gut. Das ist halt sehr rewarding, ne? Genau, weil du dann die Armee, deswegen, deswegen bin ich ja auch dazu übergegangen, dass ich, ähm, die, dass ich mir mal so für pro Halbjahr immer eine Armee aussuche, wo ich sage, okay, die spiele ich jetzt in diesem Halbjahr auf den ganzen Turnieren, dass ich dann dieser, äh, und auch außerhalb der Turniere, dass ich die Armee lerne und dass ich dann mit jedem Turnier besser werde, mit der Armee und auch die alles im Kopf habe, dass ich dann zum Schluss merke, boah, cool, so funktioniert das alles. Natürlich auch außerhalb der Turniere, damit ich auf den Turnieren so lange Zeit brauche. Mhm. Ähm. Und da wird sich das bei mir zeigen, wenn das neue General Sandbook im Sommer rauskommt, ob ich dann Slanisch oder Nörgel im zweiten Halbjahrspieler und da mal gucken. Ich bin auch sehr gespannt, mit was ich dann am Ende zum Raccoon Rumble fahre, ob Slanisch oder Oga wird. Ich bin ja schon neidisch, dass du schon Karten hast. Ja, es war aber auch wirklich Glück, weil Avi gerade in die Gruppe geschrieben hatte, hier, es gibt gerade Karten und da habe ich gerade reingeguckt und habe noch schnell eine gekauft. Ähm. Ähm, ja, da war ich gerade nicht flüssig. Ja. Naja, die zweite Runde kommt ja jetzt demnächst. Ja, gucken wir mal. Ja. Aber ja, Slanisch ist eine schöne Armee. Ja, ist für mich mit eine der coolsten Armeen, die sie im Spiel haben, tatsächlich. Ähm. Die ist bei mir immer sehr unter dem Radar gelaufen, ähm, bei Age of Sigmar und als ich die jetzt dann, als wir das Battletoom besprochen haben, habe ich schon, äh, beim Einarbeiten gemerkt, oh mein Gott, die sind ja mal mega cool und je mehr wir uns drüber unterhalten haben, ähm, auch wenn wir privat mal irgendwie geschrieben haben, dann habe ich immer festgestellt, Alter, Mann, die sind richtig cool. Und, äh, ja, dann kennen wir die, äh, ne, die, das Phänomen, äh, Kaufinteresse auslösen, Zahlung tätigen, äh, äh. Äh. Ja, das ist schwierig dazu widerstehen. Ja. Und jetzt habe ich sie gestehen. Äh, wie viele Spiele hast du erst mit dir schon gemacht? Eins. Eins. Gegen was? Mit 1000 Punkte gegen Korn. Und, ähm, da muss ich sagen, war es relativ spannend, also es war halt ein großes Trading Game, ähm, wirklich, äh, ich habe eine Einheit rausgenommen, er hat eine Einheit rausgenommen, ähm, und am Ende habe ich knapp verloren, weil, äh, Korn, der Bloodthirster, ich habe den mit der Axt nicht tot gekriegt, ähm, der hat sich komplett durchrasiert durch meine, durch meine Einheiten, ähm, und das war aber ein relativ knappes Spiel. Ich überlege gerade, mit was habe ich denn verloren? 14 zu 11 oder 14 zu 10 oder so. Oh ja, das geht aber. Das war relativ knapp, ja. Ja, cool, bin immer gespannt auf Freitag. Ja. Ich auch. Gut, dann sind wir durch mit unserem Ersten, das war ja wieder der Pilot, du bist jetzt schon bei zwei Piloten dabei gewesen, Wahnsinn. Ähm. Nämlich Käpt'n. Hahaha. Ähm, das war der Pilot zu... Käpt'n, mein Käpt'n. Auf die Brücke, bitte. Ähm. Ich muss gerade daran denken, komplett off-topic, aber das lassen wir drin. Ähm, ich habe mal, äh, bei, es gab einen YouTube-Kanal, ähm, von einer Dame, die hat viel Lifestyle, ähm, Vlogs gemacht und sowas. Und die hat einen Hund gehabt, der hieß Käpt'n. Ähm, und immer wenn der was zu essen gekriegt hat, dann hat, dann hat, dann hat ihr Mann immer gesagt, so Käpt'n auf die Brücke, dann ist der schnell in sein Körbchen gelaufen, hat er da Essen gekriegt. Äh. War, war wie gut. Das fand ich großartig. Ähm, und, äh, ja, genau. Also, wenn euch dieses Format gefallen hat, ähm, dann lasst uns doch gerne unbedingt Feedback da, weil es die erste Folge war. Äh, sollen wir vielleicht noch irgendwas ändern? Dann sollen wir vielleicht noch irgendwas mit einbeziehen, was wir jetzt nicht auf dem Schirm hatten, ähm, und, ja, genau. Lasst uns das auf jeden Fall in den Kommentaren, lasst uns das wissen, weil gerade, das hat mich super gefreut, die, ähm, Battleturn-Besprechung der Heldonights auf Slanesh hat euch mega gut gefallen. Da gab's auch sehr viele Kommentare und Fragen und Anregungen. Ähm, das hat mich sehr gefreut. Und, äh, vielleicht ist das ja hier auch so. Genau. Ja. Ja, äh, hast du noch abschließende Worte, bevor ich den Leuten Mantel und Hut reiche und sie zur Tür geleite? Ähm, nee, tatsächlich nicht. Schön, dass ihr zugehört habt. Immer wieder gerne. Freut, freut mich sehr, dass ihr unsere Stimmen hoffentlich gerne hört. Ertragt. Ertragt, genau. Und, ja, wie gesagt, wie ja schon gesagt ist, wenn ihr Fragen habt oder, ähm, Anmerkungen, haut die rein in die Kommentare. Wir sind, äh, wir freuen uns immer darüber, mit euch in Kontakt. Kontakt zu treten. Das ist ja die einzige Möglichkeit, wie wir mit euch, äh, wirklich in Kontakt treten können. Wir sind ja sonst hier so mehr im Monolog oder Dialog unterwegs. Ja. Also, haut dir die Tasten und lass die Glocke da, das Abo da, das hast du da. Ah, okay. Ich wollte schon sagen, geil, er übernimmt meinen Job. Ähm, genau. Wenn ihr den, also das gilt natürlich für YouTube, was er gesagt hat, äh, und wenn ihr das als Podcast gehört habt, dann ballert uns doch gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung bei. Nein. Nein. Ihr macht es exzessiv. Ihr gebt uns auf euren 2000 Accounts, die ihr im Rausch der Sinne erstellt habt, und gebt uns 2005 Sterne-Bewertungen. Und 2001 Sterne-Bewertungen, damit die Fünf-Sterne-Bewertungen automatisch zu Sechs-Sterne-Bewertungen werden. Und Sechs ist die heilige Zahl von Zanisch. Und dann öffnet sich ja ein Riesenriss und alle haben sich lieb und alle essen ganz viel und ihr wisst, was dabei rumkommt. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie wir da wieder rauskommen. Von daher würde ich einfach sagen, wir sind mit unseren üblichen Worten raus. Paris Athen. Auf Wiedersehen. Tschüsschen und Küsschen. Nice.